Ich kürze mal hier ab. Ich weiß, ob es lang geht. Dachte ich jetzt. Verdammt, warum ist hier auch Stein? Hä? Warum zur Hölle ist der Stein her? Wir haben so einen schniegen kleinen Tunnel neben. Ich finde den hübsch. Hat was. Oh, eine Schlange. Uncool. So. Ist ja der Steinhändler. Ziemlich weit außerhalb. Müssen wir die Preise auch noch mal ändern. Der scheint mir ein bisschen teuer. Weißt du was? Das ändern wir gleich mal. Machen wir drei. Ja, drei finde ich okay. Für 32 Stück. Und und ebenfalls für drei bekommt man dann das. Ja, das ist in Ordnung. Braucht man keine Kohle oder sonstiges, sondern handelt dann einfach dementsprechend. Ähm. Wo sind nur Steine? Ja, doch. Das ist okay. Das ist okay. Habe ich noch etwas anderes an Steinen? Na, eigentlich nicht. Na gut, das soll mir dann reichen. Dann ist der ein bisschen modifiziert. Äh. So. Achso, hier oben habe ich auch noch ein Bettchen. Ach, du Schande. So. Nehmen wir das nochmal mit. Ach, jetzt noch nochmal Kohle. Äh, nee. Äh, halt. Verdammt. Genau. Jede Menge Rohre, die ja da benutzt wurden. Weil das erst falsch lief. Äh. Hup. Okay. Also man kann rüberspringen, definitiv. Das würde man schaffen. Ja. Aufgrund des, ähm, massiven und doch sehr, sehr tiefen Lochs hier an dieser Stelle werde ich das aber nicht testen. Oh, ist da unten noch was? Sieht mir fast so aus, als ob da noch Redstone oder sowas ist. Puh. Da schreit danach, dass wir das ausbeuten. Irgendwo hier ging es. Irgendwo hier war doch der Eingang. Verdammt. Och, komm schon. Habe ich den zugemacht? Echt? Ohne Witz? No, das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann muss ich. Wo ist der denn, der Eingang? Also praktisch hier in der Tunnelwand. Das heißt hier so. Okay, und hier so irgendwo ist dieser Eingang. Okay. Ich schätze mal, der wird hier sein. Ah, hier. Okay. Gut, wenn man sich an seine eigenen Sachen nicht mehr erinnert, ne? Ja, mega gut, finde ich das immer. Da ist auf jeden Fall noch Eisen. Uh, das muss man auch noch rausklauen. Ich brauche Eisen. Ja. Können wir immer gebrauchen. Oh, er hat auch eine Konstruktion gehabt. Ja, stimmt. Ja, gut, okay. Es kann sein, dass ich das durcheinander bringe, weil eigentlich dürfte davon... Uh. Uh. Nichts mehr da sein. Aber wir haben ja ziemlich viel verloren. Ne? So. Packen wir das hier auch mal weg. Kann ich nämlich alles aufnehmen. Krass. Hammer hart, ey. Haben wir sogar Diamanten gefunden. Die wir eigentlich ja schon hatten, aber nicht mehr hatten, weil, naja, der Server zurückgesetzt wurde. Ich vergaß das total. Ja, aber gut, warum sollte man sich daran noch erinnern? So am Motto, oh, das habe ich weggeplündert, ist weg. Ne? Ist ja irgendwo auch logisch. So. Nehmen wir alles mal hier mit, was wir so schön finden. Ach, herrlich. Das können wir... Uh, da ist sogar Lapislazuli, sehe ich gerade. Das könnte sich lohnen, zusammen mit dem Eisen, was wir da haben. Genau. So, müssen wir nochmal gucken, das war ein... Oh, ich höre Lava. Das ist eher uncool. Oh, verdammt, warum habe ich denn die Fackel erwischt? Ah, sehr gut. Oh, äh, Redstone. Hm, müssen wir gleich nochmal abholen. Verdammt, kann ich das jetzt nicht mehr aufnehmen? Okay, gut, wir hatten noch ein paar Goldmünzen, zum Glück. Schön viele Erfahrungspunkte. Das bringt auch nach wie vor am meisten, ne? Irgendwelche Sachen abbauen. Da sehe ich auch nochmal Eisen. Cool. Eisen habe ich, glaube ich, noch im Inventar, dann müsste das... gehen, dachte ich. Warte mal. Eisenerze, müssen wir das tauschen. So. Genau, ja, so hat es funktioniert. Wunderbar. Ähm, gut, das schien hier alles zu sein, dann holen wir uns mal kurz... Wobei es mit der Lava mich schon reizen würde, die hier reinzulassen. Also das Ganze zu fluten, mehr oder weniger. Habe ich jetzt hier alles raus? Oder liegt hier noch was? Ne. Hier liegt nur noch das. Aha. Und oben war ja auch nochmal Eisen gewesen. Ist schon krass, hier könnte man irgendwie so ein Gefängnis machen oder so, ja? So, keine Ahnung, Mordor-mäßig. Irgendwo war es Eisen. Aber da oben, glaube ich, ne? Ne. Was war eigentlich hier? Wahrscheinlich auch irgendwas. Nicht so wichtig, nicht so wichtig. Wo ist das Eisen? War das so weit oben? Na gut, auch nicht ungewöhnlich, aber... Ah doch, ich glaube, das war recht weit oben gewesen. Ja, sollte man vielleicht nochmal eine richtige Treppe machen, wobei, naja, ob man das dann noch nicht braucht. Weiß auch gar nicht, was ist denn da mit da hinten? Achso, da war nochmal irgendwas. Hier war doch irgendwo Eisen. Ach, da ist es. Ah, wenn der nicht die ganze Zeit aufpasst, wie hol der, ne? Ja, na, 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 so. Hier in dieser Wand ist es okay. So, ganz vorsichtig ranbuddeln. Wir wollen ja nicht runterfallen. sehr schön. So. Dann haben wir es schon. Aber hier unten war irgendwas und das interessiert mich jetzt mal. Da, da ist irgendwas. Achso. Okay, okay, das ist alles. Na gut, das ist doch nicht so dramatisch. Interessant, interessant, interessant. Interessant ist ja auch noch momentan die ganze Entwicklung, hier mit der Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Wie man abstumpft, muss ich ja feststellen mittlerweile. Es ist jetzt ja, jeden Tag ist es in den Medien, beziehungsweise jetzt langsam wird es nicht mehr so häufig. halt nicht mehr schlagzeilentauglich, das Ganze. Ja, aber diese Berichterstattung bezüglich der Anschläge nimmt da auch nicht ab. Also das ist, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das Ganze so lang geht. Ich finde es echt erschreckend, dass man da mittlerweile auch sagt, ja gut, okay, ich habe das jetzt in einem Artikel gelesen, wo es auch darum ging, dass man da insoweit abstumpft, dass man sagt, okay, diese Anschläge, das ist mittlerweile normal. Was mich so ein bisschen so, ja, okay, finde ich eigentlich eher nicht normal, dass man eine Anschläge verübt. Also ich finde es normal, dass man demonstriert und halt seine Meinung kundtut, aber dass man das auf diesen Weg machen muss. Das heißt nicht, dass man irgendeine Meinung, eine andere Meinung gutheißen muss, aber wohl oder übel muss man andere Meinungen tolerieren. Ja, oder beziehungsweise damit leben, dass andere andere Meinungen haben. Ob die nun unbedingt super sind oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber man muss da relativ neutral rangehen, insofern das denn möglich ist. Ich muss sagen, fällt mir auch schwer bei manchen Sachen, wenn ich das dann sehe, wie da Leute da irgendwelche Geigen schwingen oder sonstiges, wo ich mir denke so, okay, als nächstes brinnt der dann Bücher oder was kommt da als nächstes wieder, ja. Wenn man da manche Äußerungen liest, wo ich mir nur wünsche, eigentlich ganz schnell hier rauszukommen und in irgendein anderes Land auszuwandern, ähm, ist es echt heftig, ja. Das ist echt, ähm, ein Weg, den wir, glaube ich, nicht gehen sollten. Also, das ist meine persönliche Meinung natürlich nur, denn das, weiß nicht, fühle ich mich nicht wohl bei, bei dieser Vorstellung, dass sich das wieder in so eine Richtung entwickelt. Naja, so, ich denke, das, ähm, sollte dann an dieser Stelle erstmal reichen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wir sehen uns dann, äh, beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker. Bis zum nächsten Mal.